Ein Fest, wie es im Buche steht. Bei traumhaftem Sommerwetter bot die POR seinen Kunden und Partnern ein ganz besonderes Gartenfest im POR Headquarter. Erstens ist es ein Treffpunkt zur richtigen Zeit, es ist schönes Wetter, man kann draußen sein und zweitens ist es ein Treffpunkt, wo sich die ganze Branche, die Baubranche, Planer, Auftraggeber völlig ungezwungen bei einem netten Fest treffen können. Und heute natürlich garniert durch den Fußball, wofür wir auch vorgesorgt haben. Ja und auch wenn das Ergebnis jenes EM-Spieles Österreich gegen Island allen bekannt ist, ließen sich die Gäste den schönen Abend nicht verderben. Sie können sich erwarten, eine tolle Atmosphäre, super Wein aus Österreich, gutes Bier aus Österreich und herrlich essen und trinken in entspannter Atmosphäre. Und wo man sich einmal ohne Stress vom Alltag unter Projektdruck, Zeitdruck gemütlich austauschen kann. Und das wird Gott sei Dank alljährlich sehr gerne geschätzt. Wie man erfahren durfte. Ich bin schon das x-te Mal hier, komme immer wieder sehr sehr gern zu diesem erstklassigen Event, weil es einfach eines der wichtigsten Sommer-Events fürs Networking ist und das eine oder andere Geschäft durchaus anbahnen. Ich bin schon zum dritten Mal auf diesem Kundengartenfest und freue mich jedes Mal sehr, wenn ich hier eingeladen werde. Ich beschäftige mich mit Transportbetonlieferungen und die braucht POR in vielen Belangen fast täglich und darum freut es mich hier sehr viele Leute auf einem Fleck treffen zu können. Ja und für das Kundengartenfest nimmt man auch gerne einen etwas weiteren Weg in Kauf. Ich bin heute aus Warschau direkt hergekommen, weil es letztes Jahr besonders nett war. Ich finde, das ist hier besonders gut gemacht und es sind einige wenige Feste, auf die ich von der Immobilienbranche gehe und das gehört sicherlich dazu. Dabei verbindet jeder was anderes mit dem Unternehmen. Der POR verbinde ich Innovation, hohe technische Leistung in Ingenieurbauwerken. POR generell steht für mich für ein großes Bauunternehmen, was in Europa, hauptsächlich auch in Österreich, sehr große und interessante Baustellen hat. Das ist ein langjähriger, verlässlicher Partner, die für uns schon viele Baustellen ausgeführt hat und es ist immer ein Highlight im Sommer hierher kommen zu können. Die Arbeit seit vielen Jahren mit der POR gemeinsam und das ist für mich die beste Baufirma in Österreich. Ja und auch für die Gäste wurden lobende Worte gefunden. 30 Grad, alle in Anzügen erschienen, ist schon mal eine ganz tolle Leistung. Na dann kann der Sommer nur kommen.